Wir sind das ICF Schwarzwald Bodensee, eine Kirche am Puls der Zeit im Süden Deutschlands. Wir sind über mehrere Standorte verteilt und dennoch eine Kirche. Wir haben eine große Vision für unsere Region. Wir glauben, Jesus ist die Hoffnung der Welt. Darum ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir wollen ein neues Normal in Deutschland sehen. Was wir heute Erweckung nennen, war damals in der Bibel normales Christsein. Wir sind nicht neugierig, nein, wir sind hungrig nach Gott. Wir sehnen uns nach der kraftvollen, freisitzenden und transformierenden Gegenwart Gottes in unseren Celebrations, Small Groups und im ganz alltäglichen Leben. Stärke liegt in unserer Einheit. Gott sagt, einem besiegt tausend, zwei besiegen zehntausend. Wie viel mehr können drei, sechs oder noch mehr besiegen? Als ICF Schwarzwald Bodensee gibt uns Gott genau diese Schlagkraft. Wir können von den Stärken profitieren und die Schwächen kompensieren. Gemeinsam sind Dinge möglich, die alleine unmöglich sind. Städte werden verändert, Familien werden geheilt, Berufungen werden freigesetzt und Potenzial wird entfaltet. Wir wollen nicht die Kirche mit Menschen bauen, wir wollen als Kirche Menschen bauen. Horizonte werden erweitert, Möglichkeiten noch breiter. Wir träumen von einer Kirche, die jeden Menschen erreicht hat. Sei gespannt, was Gott in dir tun kann, was Gott durch dich tun kann. In deinem Leben, deine Kirche, deine Region. Jeder Mensch soll sich hier gekannt, geliebt, gewollt und gebraucht wissen. Entetics and elementos Wie viel mehr werden? Vielen Dank.